Die verbroch... ähm... nicht die verbrochene... äh, die versprochene Schneewelt. Hier ist Billy Rubin mit Panic in Mushroom Kingdom. Snowberry 1. Hm, verpiss dich. Alter! Das ist ja... das schlittert ja... Oh mein Gott. Ah, ist ja auch logisch irgendwo. Was sind das für hässliche Goombas, verdammt. Wie hässlich sind die. Guck dir das mal an. Alter. Dann töten tun sie mich... nein, oder? Alter, fuck. Das kann ich jetzt nicht gelten lassen. Äh, Rewind. Wo ist Rewind? Wo hab ich Rewind in? F3. Oh Mann. Ich bin so ein Kacken-Noob. Aber warum schlittert das so heftig? Ich mein, schlittern ist ja eigentlich kein Problem direkt. Also es ist schon eins, aber nicht... Aber irgendwie schlittert es in diesem Level total extrem. Was fällt dir ein, hier deine Schale rumzukicken? Der Klassiker. Der zieht bei mir nicht mehr. Naja, er zieht schon noch. Leider. Das ist voll... Das ist voll erneueng. Das ist übelst erneueng, Alter. Das ist mehr erneueng als der Ired Gamer, Alter. 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 Gut. Was? Was, Alter? Wollt ihr mich jetzt hier verarschen oder so? Alter. Alter. Was ist das für eine... Verfickte. Ich mach jetzt hier mal einen Speicherblum rein. Weil das ist bestimmt wieder so eine Respawn-Scheiße. Da wette ich drauf. Ja, sag ich doch. Boing. Ich dachte, Boing, Alter. Und dann sollst du auch boingen. Und dann sollst du mich nicht... Nicht-Ko... Nicht-Nicht-Katapultieren. Tschunk. Wie halt alles... Blau-Lila ist. Lila-Blast-Blau. Alter, ist das dumm. Ah. Das... Diese Controls in dem Level sind aufgrund dieser Glitschigkeit sowas von... Man muss alles erzwingen, was man macht. Verdammte Scheiße. Fühlt sich so an, als würde man... Versuchen, eine Schraube in die Wand zu schlagen, ey. Genauso komme ich mir gerade vor. So eine Scheiße. Oh, Mann. Jetzt hätte ich's geschafft, Alter. Fuck. Und jetzt lasse ich mich wieder von dem Cooper ownen. Ach, komm. Verpiss dich doch. Oh, nee. Verdammte Kacke. Und auch noch der... Der hat mir jetzt gefehlt noch zu meinem Glück. Komm, verpiss dich, du kleiner Spacko. Kann man die jetzt... Cool. Kann man schmelzen lassen. Kommt man da jetzt trotzdem rein? In die Röhre. Nein. Ich hab's mit zerschissen. Naja, ist ja auch scheißegal. Das wirst du nicht tun. Da kommt mir... Hä, warum... Was ist der Zweck? Komm, weg. Weg, ihr Viech. Also, Pschippenpilz drin, oder? Wie ich mich ewig damit behäng? Ich seh's langsam nicht mehr ein. Und dann war da eh nur ne Münze drin. Toll. Viel Lärm um nichts. Alter! Muss ich überall sterben? Ey, Alter! Wie... Wie soll ich da hoch? Hallo? Was hat er sich dabei gedacht, der Fuzzi? Der Fuzzi? Ah! Der stirbt halt. Mann, ey. Verfickte Scheiße. Ah, fuck. Ich brauch den Großen, um die... Alter. Ist das ein kryptischer Scheiß? Ich muss auf jeden Fall groß bleiben. Das steht fest. Und die drehe ich mich erst auf. Die Hündfresser. Tschuck. Das war mal geil. Groß bleiben. Groß bleiben. Groß bleiben. Groß bleiben. Ich sagte... Ich dachte, großbleiben. Großbleiben, 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 großbleiben. Ah, kommt man da eigentlich ran auch? Zufällig. Und wo ist denn da die Logik? Man haut sich auf den... Man hüpft auf den großen Dino und der verwandelt sich in den kleinen... Wo ist denn da die Logik, Leute? Naja, allgemein ist das Spiel keine Logik. Ich mein, man frisst Pilze und so. Ach, egal. Ah, Alter! Ich suche hier die Logik. Meine lieben Freunde. Ah, fuck, jetzt... Ich... Ich muss großbleiben, Mann. Bleib mir vom Leib. Ich brauch den Spring. Ich sagte, ich brauch den Spring. Ach, der muss da... Äh... Bin ich mir jetzt nicht verkackt? Endgültig? Nein, hab ich nicht. Doch, hab ich. Nein, hab ich nicht. Ja, endlich bin ich hier drüber, würde... Kacke. Oder Affen. Ah! Alter, ist das extrem. Also langsam wird das Spiel wirklich extrem. Vor allem durch diese Lags aufgrund der vielen... Gegner hier. Macht das nicht gerade einfacher. Aber pisst euch. Hilfe, wie viele sind das? Da hätte ich jetzt einfach... ...rundersliden können eigentlich. So. Ich hab jetzt ein ganzes Video verbraucht für Snow Valley 1. Also mach ich Snow Valley 2 erst im nächsten Video. Super. 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 Super.